Kennst du das Just Dance eigentlich? Hast du das schon gespielt? Wie findest du das? Und jetzt muss ich hier tanzen, okay. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und mit dabei ist wieder die Milena. Und wir haben überlegt, wir spielen heute die Attraktionenrundfahrt. Ja, also wir fangen mal an. Na dann, fangen wir mal an. Und da kommen jetzt aber alle die kleinen Minispiele dran, oder? Okay, eine was? Irgendeine? Okay, ich habe volle Lautstärke hier. Muss man ein bisschen leiser machen. So, ich bin ich. Wie lang? Machen wir 15 Minuten. Okay. Oh, ach Schwierigkeit könnten wir auf Mittel stellen. Geht das? Bestimmt. Ach da. Ja, dann machen wir Mittel. Okay. Na, ich bin ja mal gespannt. Wir sind fertig. Ich habe, ich weiß nicht, was wir machen müssen, aber macht ja nichts. Ah, Milena ist dran. Okay. So, jetzt kann ich aussuchen, was ich gegen dich spielen. Ach so. Was ist das für ein Spiel? Oh, ich glaube, ich mache Octopus-Dance. Na dann, dance mal ab mit deinem Octopus. Linker Arm, rechter Arm. Musst du da jetzt tanzen? Ja. Das ist das, was ich eine Zeit lang da gespielt habe. Ah, okay. Okay, schau auf das Gamepad. Ach, und du musst es jetzt nachmachen, ja? Genau. Ach, du guter Gott. Siehst du da auf dem Gamepad, was du machen musst? Ja. Weil ich sehe ja nur dein Männchen. Okay. Okay, das war gut anscheinend. Oh Gott. Tanzt du in der Disco auch so? Jetzt aber schneller tanzen. Los, schneller. Oh Gott. Der hat dich angespuckt. Oh Gott. Oh mein Gott. Dein Herz ist zerbrochen. Oh Gott, guck mal. Im Hintergrund, da sind dein Vater und ich. Wir tanzen auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Das Just Dance gibt es jetzt auch für den Computer, ne? Habe ich gesehen. Keine Ahnung. Das gab es sonst immer nur für Konsole. Fällt mir jetzt halt gerade ein. Also, kennst du das Just Dance eigentlich? Hast du das schon gespielt? Wie findest du das? Und jetzt muss ich hier tanzen. Okay. Verwende das Gamepad. Mach ich. Ich habe keine Ahnung. Was muss hier mit was? Nee. Also. Lege das Gamepad auf eine und lasse es ruhig liegen. Ach, Kalibrierung. Okay, es liegt ganz ruhig. Okay. Alles klar. Ah, dir wird es nochmal erklärt. Ah, weil ich es noch nie gemacht habe. Bestimmt, ja. Okay. Halte es aufrecht. Ich halte jetzt das Gamepad aufrecht. So, ist doch aufrecht. Okay. So, tanzt du Bewegungen nach. Beobachte den Tanzlehrer, während er 1, 2, 3 zählt. Und tanze beim nächsten 1, 2, 3 Takt die richtigen Bewegungen nach. Ach, du guter Gott. Und jetzt seh auf das Gamepad und übe mit links und rechts. Das könnt ihr jetzt ja leider nicht sehen. Aber ich gucke jetzt einfach mal, was ich hier machen muss. Bewege den Stick oben und nach oben und unten, nach links und rechts und im Kreis. Ah, ah, okay. Alles klar. Ich verstehe. Alles klar. Ich habe einen Durchblick. Okay. Oh Gott, du bist ja völlig hinterher. Nein, das ist gut. Oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, da muss man sich echt konzentrieren. Okay, wenn du diese Grundlagen nicht vergisst, kann nichts schief gehen. Nun üben wir das Springen. Schüttel das Gamepad. Schüttel, schüttel, schüttel. Schüttel, schüttel, schüttel. Okay. Als nächstes üben wir, wie man sich zur Seite neigt. Ah, okay. Juhu. Weißt du nicht, wer so tanzt, aber... Ich anscheinend. Ich bin halt voll der Dancer hier. Die Dancing Queen. Okay, auf geht's. So. Ah, das ist lustig. Ah, das war schlecht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Aber der macht doch nur so und jetzt runter, oder? Ja. Okay. Okay. Ja, mach doch noch schneller. Oh Gott, dein Ding. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das noch ein Leben. Das kann ich nicht. Das wird zu schwer. Ich habe aber auch Punkte gekriegt, bestimmt 62. Immerhin. Ich glaube, du bist der Gewinner. Das glaube ich auch. Das finde ich jetzt irgendwie doof. Okay, ich verwende jetzt das Wii U Gamepad. Was gibt es denn zur Auswahl? Ballon. Ach, das ist das mit... Ja, da weiß ich. Battlequest oder Ninja Castle. Okay, ich würde sagen, dann spielen wir Ninja Castle, aber erst in der nächsten Runde. In der nächsten Folge dann. Ja. Dann sind es halt kurze Folgen, aber sonst wird es zu lang. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.